Es ist eine Zeit für mich, um zu reflektieren, Energie zu schöpfen und Dankbarkeit zu zeigen. Diese Aussage hat in der Fußballwelt für viel Interesse und Resonanz gesorgt, da nicht viele Trainer so offen über ihre religiösen Überzeugungen sprechen. De La Fuente, der seit 2022 die spanische Nationalmannschaft leitet, hat das Team bereits durch mehrere erfolgreiche Turniere geführt und wird für seinen einzigartigen Führungsstil bewundert. De La Fuente betonte, dass sein Glaube ihm in schwierigen Zeiten geholfen habe, insbesondere bei knappen Spielen und Entscheidungen, die oft in wenigen Sekunden getroffen werden müssen. Im Fußball wie im Leben gibt es Momente, in denen alles auf dem Spiel steht, erklärte er. In solchen Momenten finde ich Trost und Führung im Gebet. Der Trainer wuchs in einer katholischen Familie auf und integrierte von klein auf religiöse Praktiken in seinen Alltag. Diese spirituelle Erdung hat ihm nicht nur persönlichen Frieden gebracht, sondern auch Einfluss auf sein berufliches Leben genommen. Er hat einem breiten Trainerstab und einer vielfältigen Spielergruppe geholfen, eine respektvolle und unterstützende Teamkultur aufzubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt in De La Fuentes Lebensweg ist seine Wertschätzung für die Förderung junger Talente. Als früherer U21-Trainer Spaniens kennt er die Bedeutung der Entwicklung junger Spieler und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, ihre Talente zu fördern. Junge Spieler zu fördern und sie in die A-Nationalmannschaft zu integrieren, ist eine meiner zentralen Missionen, sagte De La Fuente. Ihr Wachstum zeugt von einer Zukunft voller Hoffnung und Erfolg für den spanischen Fußball. Analysten argumentieren, dass De La Fuentes strategische Brillanz und seine Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben, ihn zu einem der besten Trainer seiner Generation machen. Seine tiefe Spiritualität hat ihn zu einem inspirierenden Vorbild für viele gemacht, die glauben, dass Erfolg sowohl im Sport als auch im Leben oft aus einer Balance zwischen Körper und Geist resultiert. Quellen betonen auch die positiven Auswirkungen, die seine Überzeugungen auf die Teamdynamik haben. Spieler berichten von einem Trainer, der nicht nur hohe Erwartungen hat, sondern auch ein offenes Ohr und Verständnis für individuelle Bedürfnisse zeigt. Solch ein Ansatz trägt entscheidend zur Erhaltung von Teamgeist und Motivation bei. Ob es nun der Glaube oder seine umfassende Erfahrung ist, Luis De La Fuente bleibt eine faszinierende und einflussreiche Gestalt in der Welt des Fußballs. Seine Hingabe zum Gebet und zur Förderung der Jugend zeigt, dass Erfolg auf dem Platz nicht unbedingt nur durch physische und taktische Maßnahmen erreicht wird, sondern auch durch eine tiefe innere Überzeugung, die ihn jeden Tag antreibt. Author Anita Falk, Tuesday 16th July 24